Nach einem Rosenkrieg und der Versöhnung soll nun bei Iris und Peter Klein angeblich die Scheidung folgen. Peter Klein soll die Scheidung von Iris Klein eingereicht haben. Fast ein Jahr dauerte das Drama um die Trennung von Iris und Peter Klein, 56, nun an. Nach einer Schlammschlacht der Extraklasse schienen sich die beiden im Promi Big Brother Container nach anfänglichen Schwierigkeiten endlich versöhnt zu haben. Ende gut, alles gut, könnte man meinen. Jeder könnte seines Weges gehen, Iris mit ihrem Thorsten, von dem sie doch nicht getrennt sein soll, und Peter mit Yvonne Wölke, 42, oder einer anderen Dame, und einfach sein Leben leben. Und das bald auch ganz offiziell, denn, Peter soll die Scheidung eingereicht haben. Die Scheidungspapiere soll Peter laut BILD im November, kurz bevor er im Promi Big Brother Container einzog, in Deutschland unterschrieben haben. Nur, in der Show kam dieses Thema nie zur Sprache. Weiß Iris etwa noch gar nichts davon? Iris Peter Klein, Scheidung in Deutschland. Ob Iris von den Papieren bereits wusste, ist nicht bekannt, öffentlich äußerte sie sich dazu bislang nicht. Und das, obwohl die 56-Jährige vor wenigen Monaten noch in aller Öffentlichkeit von ihrem Scheidungskrieg berichtet hatte. Im Juni noch hatte sie darüber geklagt, dass Peter die Scheidungspapiere nicht unterschreiben wolle. Im November hieß es dann, Peter habe 100.000 Euro gefordert zur Unterzeichnung, was Iris jedoch nicht habe zahlen wollen. Auch der Ort der Unterzeichnung spielte eine Rolle. Denn bis zu ihrer Trennung lebten die Kleins gemeinsam in einer Finca auf Mallorca. In Spanien gehen Scheidung eigentlich schneller vonstatten als in Deutschland. Genau deshalb soll Iris die Scheidung laut Bild auch in Spanien durchziehen haben wollen. Dennoch soll Peter die Scheidungspapiere nun in Deutschland unterschrieben haben. Gut möglich also, dass sich die Scheidung noch eine Weile zieht, bis sie offiziell ist.